geht doch ohne spaß aber am besten ich habe ja bis jetzt erst einmal aus dem weg entschuldigung ich bin jetzt ich habe erst eine adventure map aufgenommen das war mit dem leander und ganz ehrlich der junge der hat einfach gerät schüttelt mittendrin wenn du es verkackt sind pass auf soll ich den tipp einfach drüber gesprungen über den fall bin ich geil jetzt war ich würde eigentlich sagen du darfst kein schiff drücken du musst einfach nur weiter geradeaus laufen und so komisches zeug auch bei diesen stein schwer drin ja habe ich auch bekommen und leute ich bewegt die ganze von selber gibt es das fleisch auch irgendwas eine tor muss leer bleiben also quatsch eine eine tor muss nicht angefasst darf nicht angefasst werden weil pro spieler immer eine tor nicht eine dass auf einmal die doppelten werte hat wer hat alles rausgenommen ich wollte gerade sagen da alles wieder rein ich habe mir einfach eine neue rüstung genommen echt es gab noch gar keine da war eine rüstung drin warte mal slow pc us ist wenn wir haben von den galt pc ich habe heute mal hast du ein langsam pc benutzt diesen weg hast du ein schnell okay ich wahrscheinlich daran mit redstone weil er guck mal hier ist voll der fail dran hier steht way one aber weg zwei guckt euch das mal hier rechts guck mal auf die schilder hier steht way two weg ein jetzt die besetzung notschalter okay ich gehe auch da weil das ist immer automatisch da muss man nicht immer drauf klicken also okay also was wenn wenn der hat tom ohne spaß und du gehörst sowas von an die wand gestellt auf dem block darauf ist es nicht weiter gesprungen oh ja ich bin der könig ja schon bei mir auch gerade das list jetzt ist nicht ausgelöst worden ja das ist doch nicht das löst verspätet aus jetzt ist das auch nicht mehr jetzt er ist ja da oben gibt es so einen notschalter ich glaube da wird alles mal kurz eingefroren da kann man schon vorne anfangen da aber erst hinter dem glas hier noch nicht mal kommt das enthält dir oh ja ich bin der könig ja hier war ich schon immer warum springe ich immer dann wenn das block weg ich muss nur die sekunden zählen weil es anfängt also 12 ok jetzt nach zwei sekunden jetzt 123 das ist unregelmäßig ich sehe dich konnten die man nach hinten da mache ich das ja gut job wo ich sollte mich da erstmal hinstellen und schauen wann das immer kommt alter das kommt so unregelmäßig das ist ein glücksspiel einfach nur sind viel zu laut so alter blöcke sich unter mir weg ist so bin ich gern die gehen alle fünf sekunden an automatisch fünf sekunden geht der erste block raus die gehen automatisch an ja 13 steht über diesen schalter was ist das jetzt macht das ding an so 12345 los ja alle fünf sekunden so warte mal doch warte den ab das ist jetzt so ich habe fünf sekunden abgezählt das alter ja weil wir auf die druckplatte gekommen sind das hat den check point geöffnet du musst noch mal drücken drauf gekommen tut mir leid hier ist item safe alles warum hört das sind immer jetzt auch ich glaube weil das redstone signal unterbrochen wird warte ich mache da mal kurz eine redstone fackel hin anstatt einen knopf und ich weiß nicht ob das das problem löst aber so geht es ja auch die nächste channel sie challenge ich drück für dich ok jetzt nur nicht springen wir gucken erst mal wie das funktioniert ein ok also dann machte ich bin jetzt hier wenn ich drücke dann geht er los pass auf ich sagte wann ich drücke ok ich drücke jetzt und dann geht er los ok also ich nur noch mal angucken und nicht springen ich sag jetzt 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 ja jetzt wird es wieder verzögert ausgelöst auf scheiße aber so kannst du es auch machen ich mache mal hier kurz für dich hier den dem bau wo ich kann eigentlich ein ja stimmt ja mann so pass auf jetzt 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 alter ach so das check point ja aber du hast es noch nicht geschafft ich dachte das wäre warte wenn wir mal den notschalter umlegen jetzt einfach er geht es nicht ich bleibe einfach die ganze zeit drauf dann oh alter bist du ein genie links linke taste und rechte taste ist ein unterschied habe ich gerade gemerkt alle fünf sekunden kommt der erste block raus nein das ist jetzt anders anders ja dann krieg ich da mal die ganze zeit drauf nein das bringt irgendwie nichts mehr der bringt nichts mehr aber irgendwie der hier auch nicht mehr der notschalter das durch alles kaputt gemacht klick noch mal auf den notschalter habe ich warte mal hier da klick mal auf den knopf über dem justin nichts passiert warte mach nochmal ja der hat hier die jetzt geht es wieder nein geht nicht jetzt mach jetzt mit dem seine glocke ist kaputt das hinten geht nicht mehr warte ich baue hier einfach eine andere glocke kurz hin ah jetzt hat es gerade funktioniert na weil ich es kaputt gemacht habe deswegen hat es funktioniert ich baue kurz eine andere glocke hin wie sieht denn dahinter aus ach du kacke ich will eigentlich gar nichts von der map zeigen ich gehe da ganz schnell wieder rein bevor die store schauen auf was sehen sonst kommen wir auch einfach zu sagen dass der justin das geschafft hat ich meine das wäre jetzt echt nicht schwer das abzupassen ja der hat das ja nicht geschafft das volle bob aber er hatte ganz oft bewiesen dass er hier an der an die stelle kommt und das andere war jetzt ja auch nicht gerade schwer ja so war das jetzt funktioniert ja jetzt wieder ganz gut jetzt passiert nicht ja lass mich mal kurz nach na komm justin komm komm jetzt hier hin ach scheiße auf der hat es geschafft ja sag ich doch mapentwickler hat scheiße gebaut nein wir sind auf den sie wir sind wir sind hier drauf gekommen auf die schalter und er hat doch gesagt dass die pressure plates hier kann man sterben oder was ja ich gehe mal tauchen ja wahrscheinlich und ertrinken keine kiste aber hier unterirdisch sind auch so luftlöcher im schalter angemacht das luftlöcher das heißt ich hätte jetzt gar nicht ja da unter unter den teilen halt ja du musst einfach an die decke bis an die decke dann schwimmen nein 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 das funktioniert nicht doch das funktioniert bei den meisten schon oh ne kiste mit goldnugels nein das funktioniert echt nicht scheiße doch ihr müsst hier vorne an die ecke gehen nur hier was war denn wo denn luftarsch luftmangel check ach toll das ist komm mal hier runter nein da stirbt man ja nein da unten ist eine kiste wo seid ihr denn wow wieso hat es keine luft denn nicht regeneriert ich hab nur keine luften um da runter zu gehen Alter das ist ja hier voll verbuggt wo ist die kiste ich sehe keine kiste da nein erst mal luft holen so wo ist die kiste ich sehe die nicht hinter dem schild und das baut man ja wieder irgendwo anders alter jetzt oder regt man hier wenn man spontan hinten wieder an dieser einstellen wo man hoch gehen musste so hinter der luft 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 die kiste so druck platte was hat sie geöffnet hat wer die kiste mitgenommen welche kiste wenn ich sie auch keine kiste hat die brutto platte augen wie nichts gemacht ich muss jetzt mal regenerieren kann man einer da unten auf die druckplatte gehen ich glaube ich weiß was dann passiert ja geht immer ja ich muss nur luft holen ob nicht keine luft bin ich ne bist du drauf ja also hier soll ich muss doch irgendwo bestimmt was sein da ist nichts darunter was macht denn der schalter hier hinten ist noch eine druckplatte da hinten in der ecke ja ja ich weiß da bin ich ja drauf gegangen ja da war nichts gebracht ja dann keiner muss noch unten hin wohin einer muss noch unten rein und da wollen die sagen ja okay dann gehe ich da unten hin okay warte jetzt taure ich ab schau mal ob die tür da oben aufgeht wenn hier beide auf hier ist aber hier unten ist eine druckplatte ja hier ist nicht passiert nichts was ist mit dem schalter ist der auf an nein drückt klick nochmal auf den schalter wo ist der denn da muss auch der muss auch nach oben stehen also an war ja auch nach unten ok also ich hatte ich regeneriert kurz und dann gehe ich nach unten auf die druckplatte ok jetzt und ich stehe jetzt auf der druckplatte ach man muss auch schiff drücken damit man die unter wasser auslöst bei mir schon dann denke ich vielleicht ein bisschen ja ich habe vor die schlechte ping was los mit dem also ich werde hier wahrscheinlich und sterben jetzt ist irgendwas passiert ja ich werde drauf gehen bist schon tot wo bin ich jetzt ach gott die falsche richtung was ist mit diesem scheiß pilz hier unten ach ne hier ist ein schalter ja der steht auch flach oben ne nein hier ist ein knopf meine ich warte mal warte mal warte mal noch nicht drücken ich bin wieder auf dem weg wo bist du hier ah ah da ist ein ja die Tür ist offen ja er hat die Tür geöffnet ok ja siehst du mal wieso habe ich denn nur zwei strichern ping wollt ihr nicht euer zeug wieder mitnehmen es ist eine enderchess ja aber vielleicht auch wieder ich sag mal lieber nicht was gerade passiert ist ach junge voll der troll alter ich dachte auch ich wäre tot ich habe euch absaufen sehen ich packe mal wieder alles zurück ah guck mal cool gemacht singleplayer und multiplayer und hier könnt ihr euer zeug zurückholen steht hier warte kommt zurück steh das an warte geh weg geh weg ich will es oft drauf haben geh auf geh zurück schade ähm geh einfach mal geradeaus geh mal geradeaus nein geh mal geradeaus ach du was will ich denn da was will ich denn da ich muss jetzt erstmal eine beschwerde einrichten überall stand zuerst auf jedem schild zuerst die englische fassung und hier steht zuerst die deutsche fassung und d mensch